Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Portal 2, wo wir in der letzten Folge da runtergefallen sind und wundersamerweise durch unsere Superstiefel überlebt haben. Ähm, ja. Was bedeutet dieses Symbol? Ach, keine Ahnung. Wir sind hier am Grunde von Aperture Science, was mir als eine ziemlich große Firma gerade erscheint, wenn sie so tiefe Schächte haben. Okay. Aber zumindest haben wir noch die Portal-Kanone. Wenigstens das. Gehen wir uns irgendwo hier hoch, ähm, teleportieren, portalieren oder was auch immer. Scheinend nicht, aber hier durch. Ach ja, diese ganzen kleinen Rätsel, die eigentlich keine Rätsel sind, sondern mehr eine Versuch-Rätsel herzustellen. Okay, jetzt da der Story-mäßige Part vorbei ist, also ähm, wobei zwei ja jetzt, äh, halt in den letzten zwei Folgen sehr viel Story hatte, weswegen ich eher weniger gesprochen habe, kann ich ja jetzt wieder mehr sprechen. Yay, ihr müsst meine Stimme noch mehr ertragen. Nein! Oh, da kann ich hoch. Perfekt. Äh, super. Genau. Und, ja. Das heißt, ich labere jetzt noch mehr Unsinn als schon vorhin. Ich bräuchte jetzt die Wheatley-Lampe. Warum habe ich sie ihm damals nicht ausgerissen? Ich meine, kann ich nicht diese Lampe ausreißen? Nein, natürlich nicht. Puh. Warum haben Lampen kein Wireless LAN? Ist ja perfekt. Okay, ich sollte mit solchen Bemerkungen lieber die Klappe halten. Lampen und Wireless LAN, aha. Sind wir gerade im Kreis gelaufen? Ich habe so das Gefühl. Alles sieht irgendwie gleich aus. Keep out. Do not enter. Do not enter. Condemned Testing Area. Okay, dann gehe ich rein. Wenn es schon sagt, wir dürfen nicht reingehen, dann muss ich ja rein. Aber hier sind nirgendwo Portalplätze. Schade. Ansicht vergrößern. Als ob ich das nicht schon weiß. Lustig, dass man es erst eigentlich hier lernt. Wey. Oho. Super. Also, so viele Rätsel ist es jetzt noch nicht. Oh, falsche Richtung. Und dennoch schaffe ich es nicht. Oder? Ach, ist die richtige? Ne, das war die... Also, jetzt sind wir in der richtigen Richtung. Hab mich nur gewundert, weil hier auch so Keep-out-Shilder stehen. Aber ich finde das Design einfach saucool gemacht. Ja, was ich sagen wollte, weswegen ich diese ganze Sache mit dem, ja, mit dem Story-mäßigen angesprochen habe, dass, äh, ja, erstens Wheatly spricht uns nicht mehr dazwischen, also kann ich jetzt auch beruhigt über alles reden, was ich will, auch Sachen, die ein bisschen off-topic sind und eine Sache, die ich off-topic benennen wollte, ich kann ja, ähm, jetzt halt so, wenn ich das Spiel spiele, weil Portal 2 ist, äh, wie fange ich den Satz am besten an. Und was hab ich da geklickt? Ich glaub, ich muss ganz schnell da rüber und dort den Button klicken. So. Oh, perfekt. Ja, zuerst natürlich das. Cool. Ähm. Wenn ihr auf meinen Kanal geht und nachschaut, halten Sie das cool aus. Äh, und nachschaut, was mein erstes Let's Play war, dann wird euch Portal 1 ins Auge fallen. Und, ähm, ja, Portal war das Spiel, weswegen ich überhaupt mit den Let's Plays wieder angefangen habe. Ich hatte ja eine lange Pause, so zwei Jahre oder so, dann hab ich alle Videos auf Privat gestellt und jetzt halt wieder von vorne angefangen mit den Let's Plays. Und jetzt hab ich halt schon über 300 Videos hochgeladen, wovon fast 300 öffentlich sind. Und Portal war eigentlich der Grund, weswegen ich das gemacht habe, weil ich wollte eigentlich Portal Let's Playen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich es einfach Let's Playen wollte. Und jetzt Let's Play ich Portal 2, weswegen ich so ein kleines Summary ja geben kann, wie ich denn meinen Kanal finde. Also, ich persönlich. Ich muss sagen, mir macht's sau viel Spaß. Ich, ich hätte wirklich nie erwartet, dass ich so viel Spaß am Let's Plays haben werde. Ich habe zwar im Verhältnis zu Videos und Abonnenten sehr wenig Abonnenten, was vielleicht daran liegen kann, dass ich nicht geeignet bin dafür, um Videos zu machen. Von mir aus, äh, mir macht's sau, sau viel Spaß. Und vor allem ist es auch lustig, wenn man selber, äh, halt sowas macht, dann merkt man nach einer Zeit wirklich, wovon die ganzen Let's Player reden. Von den ganzen Let's Player Problemen, die sie haben. Wie zum Beispiel zu Beginn der Aufnahme müssen sie plötzlich, äh, dringend auf Toilette und wollen dann nicht die Aufnahme neu starten. Oder morgens beim Aufnehmen ist irgendwie die Nase total zu. Und ja, all sowas. Und das war grad cool. Ähm. Ich kannte die Stelle halt noch. Ach stimmt, den gab's ja auch noch. Ach, ihr habt euch auf der Party ja schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Kate Johnson. Ihr gehört die Frau. Die letzte Stelle von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie gehört eure Honorar bereits an eine gemeinsame Organisation eurer Wahl. Stimmt doch, Carolyn. Ja, Herr Mr. Johnson. Sie ist der Rückgang dieser Frau. Und wird umgegangen, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Lissenschatz. Okay. Sie gehört der Lissenschatz. Sie darf keinen Ehemann haben. Alter. Äh. Oh, an das Level ändere ich mich auch noch. Das war so abartig gewesen. Ich hasse es immer noch. Äh. Ja. Wir müssen nämlich da rüber. Und das ist extrem abartig, wie man das schafft. Man muss hier irgendwie schaffen, äh, Perfektes zu treffen. Wie ging das? Genau. Oder? Nein. Doch. Ähm. Mist, wie war das? Also man musste von hier oben runter hüpfen. In das Teil da rein. Hier am besten dann das Platz hier. Nee. Nee, nee. War irgendwie anders. Wir mussten jedenfalls da oben hoch, um uns... Oh, bin gegen das Mikro gekommen, um uns dann hier hochschleuern zu lassen. Warte, das können wir auch so machen. Wir müssen das gar nicht so umständlich machen mit dem Hochgehen. Äh. Ups. So. Hier wird das platziert. Und. Hier wird das platziert. Und ich weiß noch, dass wir perfekt durch das Aperture Science Logo... Okay, super. Das war unerwartet. Wir mussten uns... Also ich musste mich damals perfekt durch das Aperture Science Logo katapultieren. Daran erinnere ich mich noch. Und da saß ich total lange dran, weil ich es irgendwie nie gerallt hatte. Deswegen ich auch froh bin, dass ich Portal 2 nicht Blindlets playe. Weil sonst würde ich jetzt ca. 20 Parts dran sitzen. Aber jetzt habe ich es geschafft. Cool. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabend vorher auftauchen können. Wie viele Aufnahmen hast du denn? Zusammenhängen von deiner Fähigkeit, der Welt einen Willen aufzuzwingen haben. Alle, die heute das Rückstoß geht, für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf den Boden. Ah, Rücksto... Alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin, die er nahe gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht? Der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterin. Nimm eine Waffe und Folge der gelben Linie. Du magst von selbst, wenn der Test losgeht. Mhm, cool. Ich mag Pold 2 wegen diesem Humor. Ja, ihr habt es schon gehört. Rückstoß-Gel. Von da kommen wir nebenbei. Aha. Äh, oh. Genau. Und wir bringen uns erstmal um. Das ist nämlich ein neues Feature, was bald eingeführt wird. Rückstoß-Gel. Klingt voll episch. Klingt wahrscheinlich im Englischen viel besser als im Deutschen. Wie so alles. Okay. Das Teil kann uns hochbefördern. Super. Welch unglaubliche Technologie. Genial. Einfach nur genial. Ich bin buff. Warum kann ich nicht alles abreißen? Ich will alles abreißen. Okay. Daran kann ich mich auch noch ganz vage erinnern, dass hier irgendwas war von wegen runterfallen. Hm. Aber was genau? Wir könnten uns da auch... Ah, genau. Wir mussten uns... Also... Man musste sich irgendwie dahin teleportieren. Also da durchfallen lassen, um... Man musste sich hier runterfallen lassen, um möglichst viel Geschwindigkeit zu haben. Und dann... da zu landen. So erinnere ich mich. Ah, ich dachte, das Spiel hätte sich gerade aufgehängt. Weil er plötzlich so spontan stehen blieb. Genau. Aber ich würde auch gerne dahin kommen. Äh. Gibt es hier irgendwo eine Wand, wo ich ein Portal platzieren darf? Nein. Und ich komme auch nicht zurück. Schade. Ich wollte eigentlich da noch schauen, was es da gibt. Ah, aber da kann ich Portal platzieren. Okay, das versuche ich auch. Spiel, willst du mich verarschen? Ich will doch nur schauen, was dort war. Mann! Spiel! Lass mich meinen Spaß haben. Telefon. Ist hier ein Button oder irgendwie sowas, um das zu öffnen. Ah, hier. Ein Hebel. So, perfekt. Und hier wird das Gel gepumpt. Aber ich will nochmal nachschauen, was es hier gibt. Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. Heißt das... Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Oho. Ah, das sind so Soundaufnahmen. Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag ein Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehen. So, und das war das dann mit dem... Ah, okay. Wenn du die schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. Super. Okay, jetzt wissen wir es. Seht ihr? Sogar das Team sagt Hurra. Äh, ja. Und jetzt können wir einfach hier hingehen. Ich find's schön, dass sie eine Möglichkeit gegeben haben, damit man auch noch zurückgehen kann und nicht einfach irgendwie in den Ladebildschirm reingepumpt und ja. Okay. Ich mach das gerade alles spontan. Natürlich auch teilweise aus meiner Erinnerung. Aber die ist auch wirklich nur noch sehr, sehr vage. Genau, wie mein Sternzeichen. Äh, ja, genau. Geh, flow. Hui. Da können wir hin. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so weit, wird scheuer. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Nur wandelt du weit. Was hat er noch am Ende gesagt? Das war an den Untertitel nicht drin. Okay. Seltsam. Egal. Und kommt jetzt wieder. Ja, Ladebildschirm. Ich sollte so einen Zusammenschnitt aller Ladebildschirme machen. Episch. Hochgefahren. Wir haben fast 15 Minuten. Ich sollte langsam den... Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Im letzten Abend Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich. Sagt die im Labor. Okay. Ähm, ja. You are here. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Kann man insgesamt oder wie jetzt? Hm. Okay. Navigation Directory. Äh, ich würde dann sagen, ich bende den Part für heute. War ein schöner Part, wie ich finde. Und hier ist dieses sangwobene Gel. Aber was das ist, erfahrt ihr im nächsten Part von Portal 2. Auf Wiedersehen, euer Sandoron.